Und zwar könnt ihr meine Freunde kommen, wenn ihr meinen Skin habt und ich euch einfach so zufälligerweise in der Runde treffe Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Kuski auf der Map Hi Checked Und heute hatte ich zwei kleine Themen am Start, was ich eigentlich schon letztes Video angesprochen habe Also es sind jetzt meine Minecraft-Settings in der Beschreibung verlinkt, ihr könnt jetzt gerne downloaden, wenn ihr wollt Was ich jetzt weiter ansprechen wollte, ist, dass ihr in meine Friendlist kommen könnt Und zwar könnt ihr in meine Friendlist kommen, wenn ihr meinen Skin habt Und ich euch einfach so zufälligerweise in der Runde treffe, wenn ich eine Runde Kuski spiele Dann könnt ihr einfach so in meine Friendlist kommen Würde mich natürlich freuen, wenn ich ein paar Leute von euch sehe Mit meinem Skin, ich sehe manchmal eh schon Leute mit meinem Skin, also wäre geil, wenn ihr auch in meinen Skin reinmacht Ihr könnt den mit der Maske reinmachen, den was ich jetzt habe oder den ohne Maske Den gibt es sicher auch irgendwo noch zum Download Weiß ich jetzt gar nicht wo, aber Gibt es sicher noch irgendwo Den haben wir auch, nice Ich mache bei der Weih auch nur eine Runde, weil ich finde Kuski Eine Runde Ist am besten und der toggelt ein bisschen ein Auf alle Fälle gäbe ich jetzt und clean die da ein bisschen Weil der Typ ein bisschen toggelt glaube ich Oh und der hackt auch, okay Aber ich habe ihn bekommen Der hatte zwei Gaps, ist natürlich nice Jetzt sagen wir holen den letzten Spieler auch noch vom Deathmatch und dann würde ich sagen Was ist auch mit der Runde So können wir dann aufholen Dann würde ich sagen Leute, ihr könnt gerne eine Puzzle hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat Also Leute, macht meinen Skin rein, dann kommt ihr in meine Friendlist Und dann würde ich sagen Leute, ich hoffe es zum nächsten Mal So sieht man So sieht man Also So hänen